Seit über 100 Jahren werden Tiere von der Regierung für den Geheimdienst ausgebildet und als Spione eingesetzt. Doch jetzt ist ein Durchbruch gelungen, der viel weiter geht als alles, was bisher vorstellbar war. Die Gründung eines Top-Secret-Spionageteams, bekannt als G-Force. Das ist ein Nagetier. Wir sind offiziell Agenten des FBI. Hallo! Agent Blaster. Waffen und Transport. Ich bin zwar sicher, dass es Tierquälerei ist, aber ich liebe es! Agent Juarez. Asiatische Kampfkunst. Sie hat noch eine Geheimwaffe. Agent Speckles. Cyberintelligenz. Ich schicke euch einen Wurm zum Dechiffrieren. Du bist ein Genie. Ich bin ein Maulwurf. Ich stehe nochmal auf Würmer. Agent Darwin. G-Force Teamleiter. Das Schicksal der ganzen Welt lastet auf meinen Schultern. Oh oh. Oh, ich glaube jetzt ist eine gute Zeit für ein Nickerchen. Von mir aus kann die Party losgehen. Oh oh. Zieh deine Wampe ein. Mach ich doch! Seid bereit für das Kinoereignis. Sie wurden gerade von drei Meerschweinchen ausgebremst. Ich glaube, mein Meerschwein teilt! G-Force. Agenten mit Biss.